weil er noch nicht mehr als erster recht vor allem das hat geklappt egal ich weiß nicht mal was ich war aber auch da aber auch die anzeigen alle war der klug und ich habe so Angst wo ist die Leiche hin ich hab's nicht ach stimmt lass mal nachkommen hä? Usaf hat er schon untersucht guck ich kann in den Traitor Tester reinlegen ich wollte es analysieren Aua hey, schieß doch nicht auf mich also keine Ahnung wie ich da noch delay bitte töte mich nicht nein ok geh nochmal in die Disco ich will erst gegen Manu kämpfen warte kannst du mal ganz kurz warten jetzt ohne Scheiße lass mal kurz mal probieren hör mal auf nicht nicht ich kann auf dich schießen geh mal raus geh doch mal ach man ich soll nochmal rausgehen sag doch mach die Tür zu wenn du gehst warte doch ich will doch noch was probieren dann mach doch ja so wer ist das? hallo? ja bist du hey oh yeah ich bin Holly so ich möchte jetzt nochmal eine achtfache Bestätigung ob das jetzt wirklich klappt schau mich an und sag's mir du bist Holly ok warte dann lass rein und jetzt hä? gewonnen woran? cp das hat er nicht gesetzt hä? du hast cp gesetzt von meinem Ableben wie krass das für eine Explosionsrange hat man muss eigentlich nur einmal setzen auf der Map und alles ist tot hä ist Manu auch gestorben? ja ich bin auch achso ja klar aber trotzdem gehen wir in die Traitor ja das haben wir ja schon gemerkt als ich ähm als Detective glaube ich alle weggespringt hab unter den letzten weggespringt habe oder als Inno keine Ahnung wo ich da war ist aber auch noch nicht so lange her Leute aber hier auf der Map hat schon mal jemand C4 überlebt also das ist möglich ne? nicht so krass ja klar ist das möglich natürlich ich bitte hier sofort alles weggelootet ihr Zigeuner ja boah das ist irgendwie wir in Part 8 ne? oder 7? 8 Alter ich möchte in einen einzigeren Raum wo kein einziges Fass ist ich bin jetzt 2 Runden hintereinander und hab einfach an deinem Fass gestorben und lass mich rein äh Holli das ist gefährlich so ich wärs mal leid ein wenig gefährlich wir halten die Lage ok wir bleiben hier ich geh da nicht mehr raus das sind mir viel zu viele Fässer oi 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 ok Fässer sind weg alles kaputt alles raus können wir wieder Alter alle außer ja wer ist Detective geworden? Was hinten ist draußen? Zombay? hier ah Zombay außer das hier ja Gerichtstermin ich bin hier ja ist jemand gestorben? oh weg da weg da weg da das warst du? oh Alter ein HP ein HP hab ich oh nein 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 hat der Detective? Alter warte warte wer hat die Heel Station gelegt? der Detective? hä ich bin doch gar nicht mehr da ich glaub zumal was äh ok geht nicht dran ich geh da jetzt dran oi ja ich hab ihn vorher getötet ich hab ihn vorher getötet sauber sauber ich bin vor weg gerannt ich bin's nicht ich bin's nicht ich war im Raum als er mits nennt Dario? wer war nicht im Raum als er mits nennt hat wer war nicht im Raum als er mits nennt hat ich bin innocent ich bin innocent Manu war nicht mehr drin ja ich bin im Haus gerannt vorher weil ich dachte hier wird die Heel Station nicht gleich lass mich aus diesem Raum raus ja komm raus da oben brennt noch wer rum songe lebt noch ich bin Detektor achso Ja, aber wer hat die Heal Station nicht gesetzt? Wer hat die Heal Station gesetzt? Das war irgendjemand, der rausgerannt ist und hat... Ja, ich! Achso, okay! Ach, die ist wirklich offiziell? Ja, ja, die geht dran, die geht dran, ich beschütze sie in der Zeit. Ich wollte euch nur ein bisschen verwirren. Oh je. Bist du, wo bist du nur, Dario? Hier ist der, hier ist der, hier ist der. Alle haben voller Leben. Alle haben voller Leben. Wer, wer, wer hat die Jihad-Bomber aufgesammelt? Ich? Ne, ich hab sie nicht. Aber ich hab sie getötet. Hä? Aufgesammelt? Irgendjemand hat die aufgesammelt. Hä? Irgendjemand muss die aufgesammelt haben, sie liegt nämlich nicht mehr hier. Äh, das kann nur der Traitor, glaub ich, Dario. Guck, Dario, guck mal nach, guck, achte. Wenn's jetzt geht, dann kannst du, ja, kann doch nicht nur der Traitor. Jaaaa! Ja, das wusste ich nicht, das wusste ich echt nicht. Traitor, siehst du? Das hätt ich nie gemacht, nein, das hätt ich nie gemacht, wenn ich jetzt Traitor gewesen wär. Ja, ich weiß, das macht doch nicht Sinn. Aber, ich versteh... Ja, dann ist das Mode, oder? Tocke, Tocke! Nein, nicht schon wieder! Ja, komm, ja, oh, scheiße, okay, heil dich, äh... Was passiert? Ja, heil dich, besonders, weil du sie kaputt geschossen hast. Jaaa! Ja, aber das waren fast... Ich wette, die G-Hard-Bombe liegt hier noch irgendwo rum. Und man hat sie einfach noch nicht geschossen. Ja, wer hat das fast dahin geboren? Ja, ich nicht. Ich, 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 ich reiche Klage ein. Ich will, ich will behandeln. Okay. Gegen wen? Heute ist Traitor. Äh, gegen dich, du hast mir Schaden gegeben. Nein! Geht da rein, geht da rein. Ich möchte Schadensersatz. Der Richter... Ihr kommt nicht mehr hier raus. Du kriegst kein Geld von mir. Ihr bleibt drin, bis es geklärt ist. Okay, nein. Geht auf Holly. Geht auf Holly. Wenn ihr sicher seid, geht auf Holly. Okay, wartet. Okay, pass auf. Aber ich bin sowieso sicher, weil ich den Traitor getötet habe. Ja, stimmt. Und ich war mit dem Raum. Also, er explodiert es. Also, er explodiert es. Also, er explodiert es. Maudado... Ich wäre für Maudado. Ich wäre für Maudado. Ich wäre für Maudado. Dann ist es Holly. Ich kann gar nicht dazu sagen. Holly ist es. Holly ist es. Holly! Holly! Er war's nicht. Was? Maudado, Maudado. Oh, Gott sei Dank. Hallo! Na? Habt ihr eure Probleme besiegen? Maudado, es tut mir leid. Ich konnte nichts machen. Ja, es waren alle so nah aneinander. Ich konnte nichts machen. Ich hätte C4 irgendwo hinlegen können, aber das... Nein! Ich war da, aber ich konnte auch nichts anderes als den Dschihad machen. Oh, das kann sich. Bin ich Traitor? Er hat doch eine Heal Station gelegt, du hättest dich vonhalten können. Die hab ich nicht gesehen! Die war erst danach, als ich mich schon gesprengt hatte. Oder als ich schon die Bombe gezündet hatte, glaube ich. Ich hatte schon Angst, dass ich Traitor bin. Eigentlich ist das so unlogisch, dass man, wenn die Bombe schon gezündet ist, dass man die noch stoppen kann, indem man den Typen tötet. Aber ich finde es gut. Aber warum? Der schreit doch erstmal... Vielleicht muss er den Knopf von der Bombe fünf Sekunden drücken? Ist das hier explodiert? Ja eben, der aktiviert doch, der aktiviert doch was. Der gibt erstmal irgendwelche Zahlen ein. Richtig dumm, anstatt einfach so einen Knopf zu machen. Obwohl das... Sonst würde der ja aus Versehen der Fall nicht explodieren. Ja, dann drückt er ihn aus Versehen und explodiert ihn rein. Wo ist mein Auto-Sniper? Ich hab die bisher jede Runde, das find ich aus. In seinem Hobbykeller explodiert hat er dann. Wo ist mein Auto? Nein, die Fässer, ich hab Angst. Erstmal weg. Geht weg von den Fäh- oh Gott! Oh! Boah! Oh nein! Ich bin Detective! Oh Scheiße. Jeder, der einen Fass jetzt noch nur anfasst. Der Strat. Anfasst. Anfasst. Wegen Fass, versteht ihr? Ja, ich find das auch witzig. Ist natürlich anfasst nicht witziger. Habe ich da eine Logik? Okay. Ah, jetzt. Äh, wo ist mein Gerichtssaal? Achso. Wir haben noch geschlossen. Warum? Achso, wir dürfen nicht in den Gerichtssaal. Hä, außer ihr habt einen Fall. Ja, ich hab eine Woche Gerichtsmot gespielt. Ja! Äh, ähm, Mordado. Ja? Hier, nimm meine Waffe als Opfergabe, ich bin Inno. Ich hab ne bessere Waffe. Soll ich die dann wieder nehmen? Okay. War das ein Rauch, oder? Ja. Äh, ne, das war ins... Alter! Da brennt jemand. Ich hatte angezündet. Okay, hast du uns jetzt eingesperrt? Nein! Ich hätte dich schon längst ange... Aber guck mal, warte mal. Ich würd gern wissen, ob das... Ich möchte Klage einreichen gegen Unbekannt. Geh in Deckung. Ich wurde angezündet. Ah! Schon wieder! Oh! Nein, du kriegst Schaden! Es hat dich genau getroffen, Alter! Wie viel Böch kann man denn haben? Ja, ja. Dann heil dich! Dann heil dich! Nee, nee, ich mach lieber keine Heal Station. Hör doch auf mich an! Nee, ich kann dich danach zerstören! Delay! Delay ist es! Hä? Du schaust aber mich an! Du schaust aber mich an, Ursoft! Ja, ich such Delay! Achso! Ich bin hier! Vor allem, wenn du's wirst! Das ist hinter dir irgendwo! Oh! Ich will nur, dass du voll wirst! Hä, wo ist Delay? Delay, wo bist du? Hinter dir, hinter dir! Da! Bist du blind? Hä? Alter, bist du blind? Entweder bist du's oder Holli! Maudado, ich bin in der Heal Station! Ja, es ist Holli! Nein! Ah, fuck! Ich brenne! Ich brenne! Ich stehe die ganze Zeit hier mit der Shotgun! Maudado, ich bin inno! Mich hat einer mit einer Dingensgun abgeschossen! Mich auch! Achso! Ja, dann sind wir beide inno! Heil uns, heil uns! Außer ihr seid bei der Creator! Nein, ich bin keine Punkte mehr! Ich bin gerade von der Brandscheiße! Ich habe keine Punkte mehr! Ich habe mir ein Fernglas gegeben! Dann töte ich jetzt da draußen ein! Komm, ich habe mir ein Fernglas! Der, der da draußen ist, kann die anderen beiden angreifen! Warte, bleib stehen! Ich zoome an deine Auge ran! Greif die anderen beiden an, falls da noch einer lebt! Nein! Ich komme rein zu euch! Maudado, geh rein! Dann töte ich dich! Ich schütze dich! Ich schütze dich! Warte! Warte, guck mal! Osaf, hier! Nimm mal das... Heb das auch mit E hinter dir! Das Klopapier! Das ist ein Fernrohr! Und benutze es mal! Oh! Habe ich mir gekauft um einen teuren Punkt! Wie benutzt man das? Rechtsklick, wenn du es hast! Okay, Maudado, stell dich hinter mich! Komm! Ich schütze dich mit meinem Körper! Ja, nein, nein, fast vollgepackt! Ich denke, der wollte uns damit töten! Oh! Ja! Boah! Voll gut geblockt, ey! Okay, wer ist dahinter? Zombie, oder? Ja, Zombie ist es auch! Kann den mal wer töten? Und Dario denke ich auch! Wir haben den anderen schon links getötet! Oh! Ja, da oben der! Dario! Okay! Krieg ich irgendwie ne Heal Station? Nein, lass mich da lieber hoch! Ich opfer mich! Oh man! Hab ihn! Ja, geil! Wir haben die Waffe gewechselt! Okay, wir leben friedlich! Ja, wir leben friedlich! Wieso wechselst du die Waffe, während sie sagen, nein, ich geh hoch! Guck mal! Manu, Manu, komm her! Ganz schnell! Du kannst auch das Fernrohr mal benutzen! Hier das Club-Up hier mit E aufheben! Jetzt hab ich rauskommt! Damit wollte ich sie angreifen! Was mit'n Stick? E! Einfach E! Und dann auswählen und rechtsklicken! Loll! Das ist echt ein Fan-Glas! Das ist ja wie bei Metal Gear oder so ne Scheiße! Wer hat mich echt jetzt mit der Flergahn abgeschossen? Warte, der ist beide? Ich hab die dreimal angezündet! Ich hab Holly mit Shurikens getötet! Da hab ich gar nichts gesagt! Ah cool! Ja, deswegen dachte ich schon, der andere ist tot! Ich dachte erst mal schon ne Insti gewesen! Und Manu hab ich auch einmal angezündet mit der Flergahn! Hätte ich einen Schuss mehr gehabt, dann hätte ich die sogar noch einmal anzünden können! Boah! Ganz ruhig, Leute! Arslack! Ja, genau! Zündet alles an! Warte, bis es vorbei ist! Och nee! Gleich werden hier wieder so viele Fässer sein! Lasst mich rein! Nein! Nein! Alter, wir haben hier komplett ausräuchert, Leute! Oh! Malu schießt! Malu, wir haben mich gerade auf dem Gefahrraiend getötet! Nämlich gerade nur an! Olli? Ja, ja, ich bin's. Ich bin's, ja! Bist du's? Ok, dann schieß ich nicht auf dich! Ok, dann schieß ich nicht auf! Ich bin 100%ig, ich bin's! Ja, dann schieße ich nicht auf dich! Hör auf! Hör auf dich verdächtig zu machen! Richtig aggro, ey! Da hinten versteckt sich aber nicht weg. Ich bin da, ich bin da. Alter, wer hat das da? Okay. Ja! Ja, ich hab einfach mal gedacht, da stehen so viele. Ich baller einfach mal rein. Renn in der Hölle. Verbrenn mich aber nicht, okay? Wir waren jetzt Traitor. Ich bin die hintere Leiche. Oh nein, ich hab keinen Schuss mehr. Hä? Nee, nee. Manu war doch Traitor. Ich hab mich aus dem letzten Schuss gegeben, als ich auf das Fass hinten geschossen hab. Bist du grad in den Schuss reingerannt? Alter, mein Karma. Ich geh einfach nicht verbrennen. Ja, aber wenn man sie untersuchen wird, steht, Autsch, this corpse is on fire. Autsch. This corpse is on fire. We can get higher. This corpse is on fire. Daran hab ich auch eher gedacht. Ja, ich auch. Manu singt einfach irgendeinen anderen Scheiß. Jetzt rast dich aus, ich kenn ich gar nicht, was ihr gesungen habt. Ich brauch nur ne Discombo. Discombo, Hasla. Fick dich, Ohne Scheiß, Ursaft, hör auf damit. Das zerstört direkt ne komplette Runde. Nein, ich möchte, Ursaft bitte nicht. Ich glaub ich tue direkt Ursaft. Bleibt aus, ich sicher das jetzt. Nein, nein, geh weg mit den Fässern. 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 Okay, Ursaft. Leute. Ich bin's nicht. Was war? Hallo Leute. Er hat nicht mit dem Fass. Was los dir denn? Boah, Alter. Warum machen alle die Fässer? Geh mal raus und mach die Tür zu. Raus und Türen zu oder rein? Raus und Türen zu. Okay. Manu ist ein Traitor. Manu ist ein Traitor. Ich bin oben. So haben wir. Detektiv du. Bastard. Manu ist ein Traitor. Ist das Haus jetzt sicher? Also ist in dem hier irgendeine Traitor, oder? Wisst ihr das? Weiß es nicht. Ich schau mal. Hier rein. In der Disco ist eine, das weiß ich. Aber... Da haben wir sie nicht. Maudado. Ja? Bist du Inno? Ja? Dann trete dir bei einen anderen. Ich greif es sofort an, weil die sind Traitor. Wenn du Inno bist. Das Leben doch noch hier, oder? Nein. Wir sind... Volli? Was ist mit Toli? Ah ne. Warte mal. Die Lärts. Getötetet? Nein. Soch Bullshit. Das ist jetzt aber wieder Lügen. Was mit Holly? Was? Hallo? Ach nein. Oh, beide getötet. Cool. Warum hast du ihn nicht getötetet? Ach, Holly lebt auch noch. Warum sollte ich? Ich hab nicht gedacht, dass du... Wir hätten das noch ausdiskutieren können, dass einer von denen getötet wird. Ausdiskutieren können. Ja klar, das ist doch... Wir haben da noch reden können. Warum hast du nicht Zombie getötet sofort? Warum sollte ich? Wir waren schon mit dem draußen. Wie, warum sollte ich? Weil du Traitor misst? Die Leiche ist glaube ich... Manu stand doch die ganze Zeit an der Tür und hat immer wieder rausgeguckt. Manu war tot? Ja. Deswegen hat Zombie mich doch getötet. Ach, das hab ich gar nicht mitbekommen. Deswegen bist du erst dazu gekommen. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass man tot ist. Ich schon. Das heißt, in der Sekunde wusste ich auch, dass ihr beide Trader seid. Das ist ja gut, aber das ist mein Fehler. Ja, richtig. Deswegen wollte ich dich in der Sekunde... Ihr seid beide Trader. Ihr handelt. Wir handeln mit toten Menschen. Ist das eine Klasse bei World of Warcraft? Ja, sind wir. Gib aber was fast, ich törst hier rein. Ne, da bin ich ganz stark dagegen. In die Disco? Ja, alles in die Disco. Ich hab auch keine Spende für die Disco. Ich will mein Richter sein. Ich will Richter sein. Aber in die Disco gehen wir in die Reihen. Ist ja voll langweilig. Hä? Aber in die Disco gehen wir doch nie. Dann haben wir schon mal die Pässe weg. Ja, aber das ist ja langweilig. Dann stirbt ja keiner. Wer hat er geschossen? Achso, jetzt passt. Also einer von euch kann natürlich auch in die Disco reingehen. So ist das nicht. Okay, ich geh rein. Der Trader kann sich jetzt explodieren lassen. Ja, ich... Mich auch. Maulalo, geh weg da! Oh, 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 oh. Ich hab Schaden bekommen, ich bin's nicht. Ohrsaft hat mich angeschossen? Ilay ist mal in... Nö. Hä? Du hast mich angeschossen, weil du auf die Fässer schießen wolltest. Sicher? 100%ig. Aus Versehen aber hat er mich angeschossen. Er hat mir nur für den Schaden gemacht. Achso. Er hat mir nur für den Sinn reingerannt, oder was? Geht zu sehen. Wer ist, wer ist Richter? Zum May, okay. Wer lebt noch? Ilay ist tot. Hallo. Holly lebt noch. Ich lebt noch. Ich lebe noch, aber ich bin... Ich verstehe mich schon seit Anfang der Runde. Hey, ich stehe in dieses weiße Haus hinein. Ich hab noch keinen von euch gesehen. Seit Anfang, glaub ich. Jemand hat sich geportet. Jemand hat sich geportet. Jemand hat sich geportet. Ja, direkt neben mir. Direkt neben mir hat sich einer geportet, Leute. Okay, dann muss es zum May sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt zum May ist die Tickte. Ja, dann ist es Holly. Dann ist es Holly. Weil ich hab mich nicht geportet. Du hast dich nicht geportet, ich hab mich nicht geportet. Manu hat sich nicht geportet, dann bleibt nur Holly übrig. Nein, ich hab gesehen, dass er sich nicht geportet hat. Da oben ist einer übrigens. Das bin ich. Achso. Ja gut, es bleibt nur Holly übrig, der sich geporten kann. Ich hab keine Ahnung, wie man sich geportet hat, Mann. Ich hab ihn einmal getestet. Das glaub ich dir nicht. Wo versteckt sich denn der Holly? Ich vor allem, guck mal, Zombie. Komm mal, wo bist du? Ja, hier. Du bist da oben, dann kannst du wahrscheinlich so schnell zu mir. Hallo, Zombie. Malo? Ja? Wo bist du? Ich hab mich teleportiert. Jetzt echt? Ja. Ich hab Ende des Weißer rausgegangen und hab mich geportet wieder hier oben. Alter. Und du bist Detective oder was? Ja. Oh. Ja, aber guck mal, das wusste ich nicht. Hätte auch ein Traitor sein können, deswegen. Ja, ich hab auch gedacht, dass es ein Traitor sein könnte. Ja. Deswegen, ich hätte mir meinen Traitor-Kollegen verraten. Ich find's lustig, wenn ihr Panik macht. Das heißt, es ist Maudado. Ich bin's nicht. Hä, wo? Ja, Maudado. Ich hab Schaden bekommen durch den Traitorfall. Da muss ich nicht Traitor sein. Ich bin's. Genau. Ich bin's auch. Ja, den greifen wir jetzt den O-Saft an und den... Alter Manu. Ja, Ausschlussverfahren. Warte, guck mal, ich geh da jetzt. Ich verpiss mich erstmal. Ich guck mal. Ja, er war's. Es bleibt verlieblich. Ich bin schon mal 8000% inno. Holly. Was mit mir? Holly ist inno. Okay, schade, ich wollte noch verarschen. Holly war schuld. Mhm. Nein, nicht töten. Ich hab gedacht, wir leben wieder in Frieden. Nee, nee. Nee, nee. Nur wenn du Detective bist, hast du diese... Diesen... Diesen... Jaaa. Aber Holly, warum warst du da hinten die ganze Zeit in der Ecke? Wo bist du? Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Wie hab ich gerade gar nicht mehr mit gerechnet. Ich hab mich verlaufen. Wo bist du denn? Ja. Wo geht das hier bei uns? So heiße ich. Echt? German Letze. Echt? Ja. Ja. Krass. Was ich richtig so nach Roboter gerade angehört. Deine Mami nach Roboter anhört. Ja. Boah, oder konnte. Anhört. Ja. Krass, der mich dissen kann. Solltest echt Rapper werden. How I can... How I dissen can. I dissen can. Oh, oh. Wer trägt da die Fässer rum? Ich bin der Bernd, bin zwölf Jahre alt und ich bin voll glücklich heute bei dir dabei zu sein. Hallo. Hallo. Wer ist das da? Oh. Nein, Och Mann. Ich hab die Ahnung. Oder doch. Nee, Holly ist es diesmal. Hallo, Delay. Ich werde inno. Hör doch auf damit.